Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei mir in den Baureihe 9932Freak. Ja, ich möchte jetzt anfangen, die ersten Holz-, also die ersten Gleisunterlagen zu verlegen, wie in dem Heft Nummer 35 ja auch zu sehen war. Die möchte ich erst mal verlegen und damit möchte ich anfangen. Viel Spaß! Als erstes hat man diese Gleisunterlagen so vorgerichtet vor einem hingelegt. Danach schiebt man sie so zusammen, dass sie ineinander stecken. Und dann muss man nur noch, hier wo in den Heften angegeben ist, mit Klebeband festgeklebt werden. Und so sieht es zum Schluss aus. Und für das Brückenteil an der S2 die Rundung, die Kappe abschneiden und dann nochmal schleifen. Und wenn man alle Unterlegscheiben dann verlegt hat, sieht es dann so aus. Und hier wo später die Brücke hin kommt, da machen wir jetzt die Nägel hier und hier. Man muss auch genau gucken, ob wir dann das Ganze auch wirklich... Direkt auch wirklich unter dem ganzen Teil ist. Und dann sind diese Teile auch schon fertig. Und dann ist die Modellbahn soweit fertig. Das war jetzt ein etwas kürzeres Video, das ich ja immer geschnitten habe. Aber so müsste die Modellbahn bis jetzt aussehen und hoffentlich gefällt sie euch soweit. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, euer Baureihe 99632Freak. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin.